also ich weiß jetzt gar nicht was ich dazu sagen soll ich habe einfach gefilmt und also ich möchte jetzt nicht angeben aber es gibt leute die fahren damit und wo soll ich anfangen ich früher früher bin ich auch international gefahren im urlaub und es gibt immer menschen die wenn die in helm auf haben dann sind die dann haben die messer in der hose ich wollte nicht das spektakuläre ich ich wollte nur andere leute zeigen dass man weiß nicht wo ich anfangen soll ich möchte angeben ich habe es halt gefilmt ich meine viele böse kommentare aus dem netz bekommen und die verstehen mich falsch ich wo soll ich anfangen ich bin früher international und ich habe deshalb gefilmt ich meine weiß die leute damit machen ist doch ihre sache ich war halt da und hoff nächstes jahr auch noch